Das, liebe Fans, ist ein Dezibelmesser. Und ich weiß, dass unsere Gegner in der Euroleague zu Hause im Stadion bei Celtic Glasgow 110 Dezibel messen, aber ich weiß auch, dass unser Nordum einiges stärker ist. Und jetzt bin ich gespannt, was die Fans in Salzburg zusammenbringen. Denn zu gewinnen gibt es dreimal zwei Tickets für die kommende Gruppenleague-Phase, die ja kommenden Donnerstag startet. Fans, wir brauchen euch im Stadion, aber ich brauche euch jetzt hier in der Stadt. Ich gehe mal auf Suche. Wir sind Red Bull Salzburg fans, oh oh oh! Auf geht's Salzburg! Red Bull Siegen! Und jetzt haben wir Kämpfe und Siegen! Auf geht's Salzburg kämpfe und Siegen! Salzburg! Ja, es ist erlaubt, dass er jahrelang. Ja, echt? Salzburg! ! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!